immer wenn ich mich daran erinnere was sie sagt denke ich an diese worte was sie nicht sagt denn nagira ging ohne etwas zu sagen sie schrieb mir doch etwas sie sagte sie hätte kopfschmerzen doch sie ging ohne was zu sagen ich will es nicht übernehmen denn es gibt zeiten da verändern sich die menschen stück für stück denn was ich eigentlich wissen wollte warum warum hast du mich verraten warum ging es so ohne zu sagen und trotzdem hast du dich mit dem vegetarier abgegeben bennie punkt es ist okay denn immer wenn eisenmangel da ist ist mr eisenfaust da denn er gab dir die seele er und bennie ist eins ein beef ein beef für die gesellschaft für dich und mich denn es gibt tatsachen die du nicht leugnen kannst nagira dein banner ist übelst hässlich es tut mir schon den herzen weh ich machte dir ein banner doch du nahm es nicht an du hast es nicht mal angesehen nicht bewertet denn was du macht es auf bachana german anime battle disco zu gehen obwohl du wusstest dass er laktos in trallantis hast du ihn mit kuchen bestochen du bist ein grausamer mensch wirklich grausamer mensch ich hoffe du erstickst dich an blättern die die winde treibt denn es hat mich auch vorangetrieben wie weit es auch geht die zeit ist eine physikalische größe die uns als eine einheit das gibt was uns besteht denn die zeiten ändern sich umar und so wird dich eines tages heimsuchen und dir sagen dass du kein guter mensch bist das waren meine worte mima